Herzlich willkommen zum vorletzten Thema. Ich würde sagen, dass es bald vorbei ist, aber leider ist es nicht der Fall, weil das Thema doch recht groß ist. Ihr seht es auch an der Anzahl der Fragen. Es wird 19 Stück Fragen geben bei der offiziellen Prüfung zu den wichtigsten 7 Practices. Und die werden wir uns jetzt eben in den nächsten Slides dann gleich anschauen. Der Begriff Practices wurde mit ETL 4 eingeführt. Im Grunde genommen reden wir über Prozesse. Wenn jemand eben sich mit ETL 2 oder 3 auseinandergesetzt hat damals, da waren das die Prozesse, eben Incident Management, Change Management und so weiter. Jetzt heißen sie aber Practices, weil der Fokus eben ein bisschen ausgeweitet wurde. Es werden nicht nur die Schritte vom Prozess berücksichtigt bei diesen Practices. Es gibt sehr, sehr schöne PDF-Files von PeopleCert erstellt, welche die Practices beschreiben. Und dort drin geht es eben nicht nur um die Prozessschritte, sondern auch um die anderen Dimensionen. Zum Beispiel um die Technologien, welche verwendet werden sollten, um die einzelnen Prozesse sauber durchzuführen. Oder welche organisatorischen Maßnahmen getroffen werden müssen, damit es funktioniert. Und welche Partner und Dienstleister benötigt werden eventuell. Ja, ist ja alles optional, ist ja nichts muss, alles kann. Und dementsprechend können wir Practices wie folgt definieren. Sie sind eine Reihe von organisatorischen Ressourcen oder Organisationsressourcen, die ja zur Durchführung von Aufgaben oder zur Erreichung eines Ziels bestimmt sind. Zum Beispiel ist auch der Service-Desk eine Practice, obwohl das eigentlich ein Team ist. Aber sie sind ja eigentlich auch eine Reihe von Organisationsressourcen. Das heißt, die Leute, gewisse Tools, zum Beispiel ein Ticketing-Tool oder ein Telefonsystem, gewisse Skills, eine Knowledge-Base, eine CMDB und sonstige Systeme, die gemeinschaftlich miteinander zusammenarbeiten, damit ein gewisses Ziel erreicht wird. Und das Ziel, das werden wir uns übrigens später noch angucken. Ja, wir kommen noch zum Service-Desk. Es gibt drei Kategorien, die Allgemein-Management-Practices, die Service-Management-Practices und Technische-Management-Practices. Und das ist eben die Liste von denen, mit denen ihr euch gewissermaßen auskennen müsst. Die, die dick geschrieben sind, das sind die sieben wichtigsten. Also das ist das, worüber wir jetzt als erstes mal reden werden. Und das ist das, wo ihr auch am besten aufpassen solltet, weil eben 19 Fragen auf diesen sieben Practices basieren.